Eine neue Woche mit Brisant. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen heute. Zu dramatischen Szenen kommt es in den Morgenstunden in einem Seniorenheim in Nordrhein-Westfalen. Ein Feuer ist ausgebrochen und hat sich offenbar rasend schnell ausgebreitet. Aufregung und Panik im ganzen Haus. Und obwohl die Rettungskräfte schnell vor Ort sind, können sie für vier Bewohner eben nichts mehr tun. Ein furchtbarer Wochenbeginn für alle Beteiligten. Die Ermittlungsbehörden, sie lassen nicht locker. Schwer bewaffnete Polizeikräfte sind seit Tagen in Berlin unterwegs, durchsuchen Objekte und Wohnungen in der Hoffnung, die seit Jahrzehnten untergetauchten Ex-RF-Mitglieder Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg endlich zu finden. Mit Fahndungsplakaten wird der Druck auf die Gesuchten erhöht. Und bei Garweg ist man sich ziemlich sicher, er war zumindest in Berlin. Machen wir jetzt einen harten Schnitt sozusagen. Wenn man abends mal schön essen geht, dann haben viele etwas Bestimmtes im Kopf, was man vielleicht nicht alle Tage zu Hause vorbereitet. Forelle zum Beispiel. Aber wie wäre es denn, mal was ganz Neues auszuprobieren? Etwas Besonderes, ein Tellerchen grillen. Sehr proteinreich, nachhaltig sowieso. Und wie es schmeckt, unsere Reporterin Valerie Krall hat den Test gemacht. Und wenn Sie jetzt ein bisschen Appetit bekommen haben und das auch mal ausprobieren möchten, Rezepte mit Insekten finden Sie bei uns im Netz auf briesand.de. Mit spektakulären Bildern von einem Vulkanausbruch machen wir jetzt weiter. Ein Naturschauspiel für uns Menschen absolut, aber eine ernsthafte Gefahr für die einzigartige Flora und Fauna. Es bleibt rasant. Die rasanten Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz machen einigen so ziemlich große Sorgen, aber sie müssen nicht nur Fluch sein. Segen haben sie ihr, Steffi, gebracht, die durch einen sogenannten Chatbot wieder Hoffnung geschöpft hat, in einer für sie sehr aussichtslosen Lage. Solche Chatbots sind schon in vielen Bereichen im Einsatz, in den sozialen Medien oder im Kundenservice zum Beispiel. Virtuelle Gesprächspartner, die jetzt auch im Bereich der mentalen Gesundheit sehr gut helfen können. Nancy Diapoli wollen wir Ihnen jetzt vorstellen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Schwimmerin aus Athen hat eine sehr erfolgreiche Sportkarriere hingelegt und sich jetzt ihren Lebenstraum erfüllt. Sie ist Schwimmtrainerin für Menschen mit Behinderung. Ihr Weg als Frau mit Down-Syndrom im Sport war aber alles andere als einfach. Durch ihren Optimismus und ihr Lächeln will sie sich nicht nehmen lassen. Im Gegenteil. Der Ton macht die Musik, auch im Film. Damit sind wir mittendrin in unserer Oscar-Woche. Und da wollen wir uns neben dem Bild eben auch dem Ton widmen. Denn emotional wird es häufig erst mit der Musik zum Film. Deshalb sind Soundtracks eben auch bei den Oscars nominiert, wie etwa der zum Film Barbie. Da hat unter anderem auch Billie Eilish mitgewirkt. Und sie ist nicht die Einzige, die für musikalische Emotionen in Filmen sorgt. Genau, aber jetzt ist hier alles andere als sprachlos. Susanne Klin live in Hollywood. Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Du stehst ja jetzt vor dem Dolby-Fährte durchaus. Aber das sieht schwer nach Baustelle aus. Erzähl mal. Was ist denn da los bei dir? Ja, und von den Oscars von L.E. jetzt wieder zurück nach Deutschland. Der Abschied wurde heute genommen von ihm, von Frank Farian. Der Mann hinter Boni M. und Milli Vanilli, denen er zu Weltruhm verhalf, aber auch für den größten Skandal in der Popgeschichte sorgte. Wir alle kennen die Geschichte von Willi Vanilli natürlich in Berlin, haben sich viele seiner Weggefährten, Familie und Freunde dann zusammengefunden, um Frank Farian, den Erfolgsproduzenten, ein letztes Tschüss zu sagen. Und klar, dass das nicht ohne Musik geht. Es gibt Menschen, die beeindruckenderweise sich auch von vermeintlichen Hindernissen nicht abhalten lassen und ihre Träume leben. Christian Besau ist ganz sicher solch ein Mensch. Er ist von Geburt an blind und ist heute nicht nur ein erfolgreicher Radiomoderator, sondern erobert als Sänger unter dem Künstlernamen Chris Brandon mit seinen Songs sogar die US-Country-Charts. Für das Video seines neuen Songs hat er sich jetzt auch einen Lebenstraum erfüllt. Und wir treffen morgen Hollywood-Star Eva Mendes. Sie drückt ihrem Mann Ryan Gosling die Daumen für den Oscar. Und damit sage ich, das war's von uns morgen 17.15 Uhr brisant. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.